Man stell ihn nicht vor, er kam sein Schloss mit dem See davor, er fuhr den Rolls und hatte den Jacht und irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Da hat er den ganzen Krämpel verschenkt und hat den Schiffen Smoking an dem Nagel gehängt. Er kam wieder her in die alte Biede und rastet ihn. Er kam wieder her in die Biede und rastet ihn. Er kam wieder her in die Biede und rastet ihn. Er kam wieder her in die Biede und rastet ihn. Los! 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 Tres! No! Tres! Tres! El Tres! El So, Hälter, die Halbesteiner, jetzt gesetzt. So, Hälter, die Halbesteiner, jetzt geht's. 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 Hallo!